Von allen möglichen Seiten rasseln ständig Informationen auf uns ein. Was dann passiert, fasst ein Zitat von David Allen ganz gut zusammen. Du machst am Ende genau das, was im Kopf am lautesten schreit, obwohl du eigentlich genau weißt, dass das nicht unbedingt die beste Entscheidung ist. In diesem Video möchte ich dir ein simples, aber extrem effektives Konzept zum Managen von Aufgaben und Verwalten all der damit verbundenen Dateien vorstellen. Sachliche Grundlage bilden hier die zwei Bücher Getting Things Done von David Allen und Building a Second Brain von Tiago Forte, welche mich in den letzten Wochen sehr inspirierten und mein Aufgabenmanagement enorm bereichert haben. Ordnerchaos, vergessene Termine, hektische Last-Minute-Entscheidungen und Aufgabenstress können so der Vergangenheit angehören. Alles, was du benötigst, ist ein Kalender, etwas für Erinnerungen und Aufgaben, ein Programm zur Dateiverwaltung und ein Notizprogramm. Die einzige bestehende Regel, du musst das Konzept konsequent umsetzen, damit sich deine Art zu denken, verändern und anpassen kann. Wenn eine Information bei dir eintrifft, sei es via Mail, im Gespräch mit einer Person, in einer Konferenz oder ein Gedanke auf dem Nachhauseweg, dann frag dich zuallererst, ist eine Verarbeitung jetzt möglich? Wenn nein, dann nehme dir wenige Sekunden Zeit und notiere diese Erinnerungen in einer Inbox-Liste von Erinnerungen. Später wirst du Zeit haben, um die neuen Aufgaben in deiner Inbox organisieren zu können. Diese Sekunden werden dir später sehr viel wertvolle Zeit ersparen. Hast du gerade jedoch Zeit und du kannst dich dieser eingehenden Information annehmen, dann sind eigentlich nur drei Überlegungen notwendig. Erstens. Besteht Handlungsbedarf? Wenn ja und die Aufgabe benötigt nur zwei oder weniger Minuten, dann handle sie sofort ab. Benötigt es jedoch mehr Zeit oder du kannst diese Aufgabe an deinem Ort nicht abhandeln oder es fehlen weitere Informationen, dann nutze die Zeit für Überlegungen auf einer Meta-Ebene. Welcher ganz konkrete nächste Schritt kannst du tun? Vermeide allgemeine Formulierungen wie zum Beispiel Autoreifen kaufen, denn das ist eher ein Ergebnis von mehreren kleinen Aufgaben. Eine so formulierte Aufgabe wirst du bekanntlich eher aufschieben. Doch wenn in deinen Erinnerungen steht, Angebote zu Autoreifen im Internet suchen oder Kfz-Werkstatt für neue Reifen anrufen, idealerweise gleich mit der Nummer der Werkstatt hinterlegt, dann wirst du diese Teilaufgaben viel eher mal zwischendurch erledigen. Zweitens. Enthält die Information einen Termin? Wenn ja, dann notiere diesen sofort im Kalender. Lässt sich zum Termin eventuell einen Link zu einer Datei eintragen? So hast du diese zum Termin oder auch bei der Vorbereitung schnell griffbereit. Vielleicht ist es auch sinnvoll, noch weitere Teilnehmer zu diesem Termin einzuladen. Sollte noch unklar sein, wer genau, dann erstelle dazu einfach eine Erinnerung. Ebenfalls kann es hilfreich sein, sich eine Woche, ein Tag oder eine Stunde vor des Termins eine Hinweiszeit einzustellen. Das ist besonders hilfreich, wenn du für diesen Termin noch etwas vorbereiten musst. Drittens. Existieren Informationen, welche gespeichert werden sollen? Wenn ja, dann muss diese natürlich irgendwo sinnvoll archiviert werden. An dieser Stelle komme ich auf das PARA-System von Diago Forte zu sprechen. Diese sorgt nicht nur für eine effiziente Dateistrukturierung, sondern hat auch signifikanten Einfluss auf die weitere Organisierung all der gesammelten Informationen. Produktivität bedeutet das, was du bereits geschafft hast, so intelligent zu verwalten, dass zum einen dein zukünftiges Ich davon profitieren kann und zum anderen dein jetziges Ich sofort die Dinge parat hat, welche jetzt gerade relevant sind. Und genau das ist mit der PARA-Methode möglich. PARA steht für erstens Projects, zweitens Areas, drittens Resources und viertens Archive. Diese vier Ordner werden in der obersten Ebene der Dateiverwaltung und deines Notizprogramms angelegt. Die Ordner Projects und Areas werden noch im Erinnerungsprogramm benötigt. Wenn deine Aufgabe mehrere Zwischenschritte zur Zielerreichung benötigt, eine Deadline hat und vor allem zusätzlich Dokumente beinhaltet, dann sollte diese Aufgabe von dir als Projekt angesehen werden. Dazu erstellst du einen Ordner in der Dateiverwaltung, in Notizen und in Erinnerungen. Neue Dokumente schiebst du in den jeweiligen Projektordner. Aufschriebe von Ideen kommen in den Notizenordner und zugehörige Aufgaben landen in Erinnerungen. Dadurch hast du für neue Dokumente, Aufgaben und Ideen sofort den richtigen Ablageort parat und wenn du etwas suchst, dann weißt du sofort wo und hast dies ebenfalls sofort griffbereit. Das Durchwühlen von tiefen und ständig verschiedenen Ordnerhierarchien bleibt so erspart und die drei wichtigen Anlaufstellen, Dateien, Erinnerungen und Notizen sind immer gleich. Abgeschlossene Projekte schiebst du dann entweder ins Archiv oder in einen passenden Ordner von Areas, auf was ich nun eingehen werde. Areas spiegelt am ehesten das wider, was du von einem strukturierten Ordnersystem kennst. Je nach Bedarf hast du auch in Notizen und Erinnerungen bestimmte Areas-Ordner. Hier legst du entsprechend deiner beruflichen und privaten Aufgaben oder auch Interessensbereiche Ordner und Unterordner für Dateien an, welche du immer mal wieder benötigst, sich aber nicht als Projekt definieren lassen. Zum Beispiel habe ich dort meine Fachbereiche und darin Unterrichtseinheiten der jeweiligen Klassenstufen, aber auch Ordner all meiner privaten Dokumente, Kopien von Zeugnissen und so weiter. In Resources speicherst du alle Informationen, welche vielleicht mal in der Zukunft relevant werden könnten, aber so noch nicht konkret zur Anwendung kommen. Dort habe ich zum Beispiel Ordner mit ganzen Unterrichtseinheiten von Freunden und interessantes Material aus dem Internet abgelegt, welches ich aber so bisher noch nicht verwendet habe. Bevor ich also im Internet für eine neue Unterrichtsstunde nach Material recherchiere, schaue ich zunächst in meinem Ressourcenordner nach. Wohin mit Ordnern und Dokumenten, welche vielleicht nie wieder verwendet werden müssen? Nicht löschen, sondern archivieren, lautet die Devise. Solltest du es doch einmal wieder benötigen, kannst du es hier finden, ohne dass es deinen Areas oder Ressourcenordner vollstopft. Nun zahlt es sich aus, dass du all deine Aufgaben und die dazu nötigen Dokumente systematisch und organisiert gesammelt hast. Doch die größte Liste an Aufgaben ist wertlos, wenn du kein Konzept hast, diese Liste erneut zu besuchen. Du brauchst also nur noch eine Routine, wann du deine Erinnerungen von oben nach unten durchgehst. Aber Achtung! Damit ist nicht gemein, dass du jetzt deine Aufgaben abarbeitest, sondern dass du darüber nachdenkst, sie organisierst, sie reflektierst und vielleicht auch terminierst. Ich habe in meinem Kalender jeden Freitag eine feste Zeit, in welcher ich meine Aufgaben für die kommende Woche reflektiere und organisiere. Dazu hatte ich bereits ein Video gemacht, in welchem ich näher darauf eingehe, mit dem Fokus auf Stressreduzierung. Gehe deine Inbox stoisch von oben nach unten durch und überlege dir, so wie zuvor beschrieben, die nächsten konkreten Schritte zu den jeweilig notierten Aufgaben. Genau gleich gehst du mit deinen bestehenden Projektlisten und gegebenenfalls Listen der Aufgabenbereiche vor. Nun kannst du aus Aufgaben konkrete Termine im Kalender erstellen, aus größeren Aufgaben neue Projekte generieren oder bestehende Listen mit den Aufgaben ergänzen. Dadurch bekommst du einen sehr guten Überblick über deine anstehenden Aufgaben, entwickelst einen Plan für die Folgewoche, bestehende Aufgaben werden von dir in ihrer Priorität neu eingeordnet und vor allem entwickelst du ein System, auf welches du dich voll und ganz verlassen kannst. Denn nun fehlt nur noch eines. Erinnerst du dich noch an das Zitat vom Anfang? Du machst am Ende genau das, was im Kopf am lautesten schreit. Das wird der Vergangenheit angehören. Denn nun hast du einen konkreten Plan, was du wann machst und wo die notwendigen Informationen dazu zu finden sind. Und vor allem weißt du, was du jetzt nicht machen musst. Das Magische an dieser Methode, dir ist es nun möglich, schnell zwischen verschiedenen Projekten und Aufgaben wechseln zu können, ohne dass eine tiefe Konzentrationsphase zur Einstimmung oder Vorbereitung notwendig ist. Seitdem ich diese Methode anwende, staune ich immer wieder, wie ich von einem Augenblick auf den nächsten den Fokus auf völlig unterschiedliche Aufgaben legen kann, als hätte ich mich schon lange darauf eingestimmt. Denn die entscheidenden Denkprozesse und die Organisation für deine Handlungsfähigkeit fanden bereits statt. Große und überwältigende Aufgaben hast du in kleine handhabbare Schritte unterteilt, sortiert und schriftlich in deine Erinnerung festgehalten. Die Aufgaben befinden sich nicht mehr in deinem Kurzzeitgedächtnis, sondern warten in deiner Liste, bis du bereit bist, diese zu besuchen. Und sollte doch mal Luft zwischendurch sein, dann lehne dich einfach mal entspannt zurück und genieße es. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.